was geht ab leute es sehen ist wieder haben mit der neuen folge Let's Play Alien Nation so langsam finden wir uns ja zum Ende hin wo auch um immer hier die Schlacht um Erschlänze frei Erschlänze störe das Kraftfeld jetzt da ich sehen dass kurz sich in unseren Händen sind und das Lager mit roten Wechsel wird zerstört es hat die UNX eine hervorragende Chance das Kraftfeld zu durchbrechen und die Stadt zurück zu erobern die ganze Macht steht an ihrer Seite Captain möge die Macht mit ihnen sein durch das Kraftfeld stürmen los geht's äh komm wir nicht durch komm wir nicht mehr durch die Mauer durch wie soll ich in deinem Kraftfeld durchstürmen die 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 Kommen durch! Aua! Checkpoint erreicht! Okay, drauf ballern bringt schonmal nichts. Wieso? Cool Zip zack Oh yeah! Harder! Harder, harder, harder! Ahhhh Moe? Haha Das hat Spaß gemacht! Oh! Geht er noch weiter! Miau! So, die Feldgeneratoren zerstören eins von drei! Wieso? Aaaaah! Der Mann! Ehh... der toll dessen einstellungen die die Ah Operation Helle Lanze. Na dann. Nein! Nein! Was? Wie ausfallen sich denn? Wow! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich gebe Gas. Okay. 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 Schallpolder aktivieren. Ich bin Anstürme überleben. Okay. 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 Dann mal raus mit uns. Okay. 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 ich bin der weiße Retter in den letzten Missionen das haben wir wohl in der nächsten Folge die letzte Folge da freue ich mich schon drauf ist bestimmt riesige epische Massenschlacht und das Schiff hier nach unten wenn ich diese Folge gefallen hat das sind doch mal runter und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein wenn es wieder heißt wahrscheinlich zum letzten Mal Let's Play Alienation bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein Ciao